Was ist die Bühne? Was ist die Bühne? Was ist die Bühne? Das ist nun mal das Gemüse, was unsere Stadt über Jahrzehnte, Jahrhunderte geprägt hat und insofern sind wir da noch nicht aussehen. Du lecker Spargel essen darfst du Butter nicht vergessen. Auch heute ist es derita, ich leck' es mit ihr als Salat. Jedes Jahr zur reichen Zeit, dann ist es wieder mal so weit, der Bühne ist wieder besser ein, im Spargel ist besser frei zu sein. Dieses Bühne ist bekannt, wird aus Spargelstadt genannt. Überall, wo man schaut, wird der Spargel angebraucht. Super, Juni. 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 An der Nordseeküste, am Plattdeutschen Strand, sind die Fische im Wasser und sind am Land. Wir freuen uns, dass wir heute hier sind und ein bisschen Werbung machen können für Beelitz und die Spargelwoche und den Spargel und überhaupt. Und wie geht das besser, als mit einem Welthit, einer traditionellen Spargelzeit. Jetzt kommt die Spargelzeit und Beelitz ist bereit für diese Spargelzeit. Oh, 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 Spargelzeit, jetzt kommt die Spargelzeit und Beelitz ist bereit. Für diese Zeit, im April ist es soweit. Schalalalalala, der Spargel macht sich endlich breit. Schalalalalala, jetzt kommt der Freck am Tageslicht. Schalalalalala, ja Spargel ist mein Leib, will ich. Schalalalalala. Ein jeder hier genießt, weil hier der Spargel spießt, hier sind die Menschen glücklich. Habe ich recht? Hallo, das ist Brandenburg. So, die zweite Zeile heißt, wer diesen Spargel isst, mit Vollos es genießt. Ein Hochgenuss aus Beelitz, da muss ich morgen hin, weil ich so gern dort bin. Und ich bin, so gern, in Beelitz, in der schönsten Stadt Deutschlands, die Spargelstadt. Die Spargel – Wie geht sie los? Unsere Vollos diesem, und das Gebete bist, wir sind ja wunderbar. Wir bleiben teams, wir sind einisticcer und heiß. Wenn Sie hier los, den klazlosen Schrift, wo war die Passenheit, wo installiert, wo hinten an die Schultern, Das ist die Schirmung, ja da kommt voll hier auf. Das ist die Schirmung, ja da kommt voll hier auf. Ganz schluss! Wir gehen gleich, die Löcher aus dem Wesel. Denn nun gehen sie los, unsere Polonesen. Doch bleibt gewesen, wir sind da vor und da. Oh, schau mal hier! Wir ziehen los, wir ganslose Schetten. Und her geht das Geil. Und wir hätten ein Gescholter. Das ist die Stimmung, ja da kommt voll hier auf. Wir sind die Botschafter für das Spargelfest. Und wollen so ein bisschen Lust auf das Spargelfest machen. Wenn man das überhaupt noch machen muss. Nein, eigentlich sind wir nicht. Wir wollen schon ein bisschen Stimmung hier für Belize. Das ist die Schirmung. Wir kriegen das jetzt auch an. Das ist die Schirmung. Geil, geil, geil. Vielen Dank.